Ein Tontechniker sorgt bei einem Musical dafür, dass alle Sänger und alle Instrumente mikrofoniert werden, verstärkt werden, wo es sein muss und dass der Zuschauer alle Sänger wie Instrumente optimal hört und ein sehr gutes Klangerlebnis hat. Die größte Herausforderung für einen Tontechniker beim Musical ist, dass das gesprochene und gesungene Wort im Prinzip das Wichtigste ist, was der Zuschauer jederzeit hören muss. Und diese Verständlichkeit zu erreichen, muss eben zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Und trotzdem darf die Musik dabei nicht untergehen, denn sonst fehlt die Kraft und die Emotion, die ja durch die Musik transportiert wird. Und daher ist man im Prinzip jede Sekunde damit beschäftigt, diese Balance neu zu finden. Sehr viel Spaß macht es, wenn man genau dieses Verständlichkeitsproblem nicht hat, sondern man hat einen Sänger, der exzellent singt und exzellent artikuliert und kann da richtig die Musik reinfahren, kann große Lautstärken fahren und dem Publikum wirklich die ganze Kraft der Musik nachbringen. Das ist eigentlich das Schönste, wenn man diese Momente in einer Show hat. Musik Untertitelung des ZDF, 2020